So, dachte ich. Geht das jetzt so? Nee. Moment. Ja, genau so. So, die Treppen hier kommen mal weg. Das sieht alles gut aus, ja. Und dann müsste es hier so weitergehen. Außen fehlt das natürlich noch. Ja, genau. So, und da hin. Und das kommt wieder weg hier. Also ja, ich glaube, das gefällt mir so. Da noch einer hin. Und da, ja, genau. So, dann muss ja das hier noch weg. Aber, ach so, da war ja auch noch was. Naja, gut, ich arbeite mich jetzt mal hier so vor. Stimmt das so? Ja, doch, das stimmt so. Aber jetzt muss das hier weg. Naja, nur mit dem richtigen Werkzeug. Das hier kann bleiben. Okay, so. Dann mache ich eben hier weiter, wenn ich gerade hier stehe. So, das geht dann noch darüber. Halber. Hier. Und so. Ja, da oben fehlt noch was. Zack, eben zu mal. Gut, da fehlt auch noch was. So, dann haben wir aber den vorderen Raum hier. Ja, doch, das sieht gut aus mit dem Rand hier. Haben wir jetzt schon mal ein Dach drauf. Also außen, das fehlt natürlich noch hier. Aber das machen wir dann nachher. Ja, das sieht nicht gut aus hier. Dann diese Lüftungsschlitze da. Ja, dann mache ich doch gleich mal hier weiter. Habe ich jetzt noch Treppen? Ne, habe ich nicht. Da, okay. Das heißt, ich muss mal Sandsteinzeug holen. Und ich müsste, ja gut, aufs Dach. Aber ich laufe mal außen rum. Da, glaube ich, habe ich was liegen lassen. Was haben wir denn jetzt hier noch an Sandstein? Ähm, ja. Mal ganz genau gar nichts. Okay. Liegt da draußen jetzt noch was? Oder auf dem Dach irgendwie? Nö, da liegt nichts. Da oben auf dem Dach liegt was. Ich baue mich da mal einfach hin, bevor der Zombie kommt. Äh, nö. Der kommt ja nicht. Die sind wohl alle unterirdisch dann. Ja, aber jetzt bin ich schon... Achso, ja, jetzt bin ich zwar hier oben, aber... Ja, gut, eine Treppe habe ich hier. Vielleicht kann ich die ja endlich mal hier hinsetzen irgendwie. Ha, ja, habe ich geschafft. So. Dann ging es hier weiter. Und jetzt kann ich da draußen nämlich so richtig schön anbahnen. Ja, das ist gut. Jetzt bräuchte ich eben nur das Material, ne? Also... Sachen holen. Okay, Sandstein. Oh, das sieht aber schlecht aus hier mit Sandstein. Naja, ein bisschen was ist noch da. Ja, ich... Ich denke mal, das reicht noch. Und wenn nicht, dann muss ich eben Sandstein machen. Na, nutzt alles nichts. So, zurück zum Kreisdorf. Ähm. Irgendwie muss ich jetzt wieder da hochkommen. Habe ich mich... Ah, ich habe mich da hinten mit Erde hochgebaut, ja. Richtig. Ja, das heißt, da reinlaufen brauche ich jetzt nicht. Ähm. Ich kann mich ja auch hier vorne nochmal mit Erde hochbauen, ja. Ungefähr so. Okay, dann kann ich ja auch gleich hier weitermachen. Ich muss ja sowieso das überall machen. Ah, das ist viel bequem eher so. Passt das? Ja, passt. So, zack. Ah, da hin und gut ist. Da einer noch und... Ach so, da stehe ich wieder... Da stehe ich wieder im Weg. Ja. Wunderbar. Da hinten haben wir auch alles und dann geht es hier weiter. Okay, der ist einfach. Einfach so hin. Ah ja, okay. Und dann haben wir hier... Ähm. Ja. Bin ich denn jetzt hier vorne überall fertig? Das sieht so aus. Ja, das ist gut. Dann werde ich doch mal erst da innen weitermachen. Jetzt bin ich nur gespannt, ob das hier auch geht. Ja, bislang geht das. So, das dann so lang. Und hier hin. Das muss dann da dran. Ah ja, ich bin da ja... Ich bin da schon... Oh, das war nicht gut. Einigermaßen routiniert. So, okay. Das ist schon wieder eine Mauer. Also hier lang. So, ach ja. Klappt doch. Und hier muss ich... Ah ja, das ist... Ja, diese Ecken, die sind eben aufwendig. Aber was soll's. Wenn ich das so haben will, dann muss ich das eben so machen. Ähm. Was ist denn jetzt hier? Ach so, Mauer. Ja, und hier? Muss mal das hier eben weg. Und dann mal schauen, was ich da mache. Äh, da müsste ich ja erst mal da noch hin. Das sieht nicht gut aus. Moment mal eben. Da. Hallo, kannst du dir da nicht einfach so ein ganz normales Ding da hinsetzen? Dann muss ich das doch nochmal so versuchen. Hallo? Das ist ja so... Boah. Okay, das haut dann da eben nicht hin. Nee, das sieht aber nicht gut aus dann hier. Ja. 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 Da muss aber auch von außen was dran. Na gut, ich mache jetzt mal da zu, wo ich das überall zumachen kann. Das ist ja jetzt nicht mehr so viel, weil wir da schon den Rand außen rum haben. So. Und hier bestimmt auch noch. Äh, und dann gehe ich mal nach draußen. Da baue ich mich wieder hoch dann, ja. Kann ich auch gleich hier machen. Erstmal die Erde wieder weg. Dann ist das sowieso wieder weg. Oh ja, siehst du, da kann ich hier gleich anfangen. Da, die Erde kommt wieder weg. Bauen wir uns mal so ein bisschen nach da vorne hin. Jetzt stehe ich wieder im Weg, oder? Ja. Ich habe es hingekriegt. Wunderbar. So. Das da hin. Das da hin. Ah, ne, Moment mal. Da ist ja... Ja, gut, ich lasse das jetzt mal so. Ich weiß ja nicht, wie hoch das Nachbarhaus wird. Ja, Moment mal. Das geht aber dann da hin. Ja, also, wenn es da noch Änderungen zu tun, zu machen gibt, dann kann ich das ja immer noch machen. Das kann ich aber auf jeden Fall jetzt so hier hinsetzen. Genau. Ja, und hier... Oh, habe ich jetzt... Jetzt habe ich keine Treppen mehr. Äh. Naja, gut, ich brauche ja noch ein paar mehr. Dann mache ich mal das hier weg. Und dann baue ich mir noch ein paar Treppen. Und dann kriege ich mir das Dach noch fertig. Ähm, das ist gut. Und dann kann ich auch die Folge beenden, beziehungsweise auch die ganze Aufnahme. Äh. Achso, ne, ich brauche ja nur eine Werkbank. Eine Werkbank. Und noch ein paar Treppen. Und noch ein paar Treppen. So, das kann ich wieder alles stapeln hier. Ne, das nicht. So, okay. Und es wird schon wieder Nacht. So langsam, aber sicher. So, noch eins. Aber das Dach kriege ich jetzt eben noch hin. Achso, da hinten war das, ja? Okay. So, dann, ähm... Einmal so hin. Und einmal... Ähm... So hin. Und dann müssen wir schauen, wie wir das da drin machen. Das kann ich aber dann auf jeden Fall von unten machen. Jetzt bräuchte ich natürlich noch diese... ...Klätzchen da oben drauf. Aber ja, das ist egal. Mach ich dann eben nachher. So, ich lege mich erst nochmal hin. Ach, nö, aber hier kann ich ja nochmal eben... ...was versuchen. Ähm... Da haben wir schon was. Ja, ich setze einfach mal da was rein. Hier, so. Naja, sieht nicht gut aus. Aber, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich mache einfach den hier weg. Und ersetze ihn durch... ...durch... ...einen Block. So. Ja, aber jetzt ab ins Bett. Dann muss ich noch ein bisschen... Na, oder habe ich da was da? Könnte sein. Jetzt ist da ja hier alles zu. Ja. Okay. Dann schaue ich mal, ob ich denn da... ...Blocke habe. Und dann kann ich nämlich das Dach auch fertig bauen. Ja, hier, die war nicht. Also, Blöcke. Ich rede schon wieder Unsinn, aber... Ja, es wird ja auch Zeit für das Ende der Aufnahme. Achso, Moment. Ich brauche ja hier... Ich muss hier nach oben. So. Die wollte ich nämlich hier drauf machen. So. Da eins. Ja, das geht... Ups. Das geht nicht. Weil da der andere schon drüber ist. Ja, dann ist das... Dann ist das eben so. Dann ist da eben keiner. Einer. So. Und da noch einer. Und noch einer. Sehr gut. Und... Dann will ich hier mal anfangen... Hier so Querdinger da hinzusetzen. Die dann so als Kühlung fungieren sollen. Ob das so aufgeht, weiß ich nicht, aber... Ich bilde es mir einfach mal ein. So. Ja, doch. Kann ich hier anfangen. Den hier. Und dann... Ja, doch. Da ist noch Platz. Da muss ich wahrscheinlich wieder neue Treppen machen. Das war eines zu viel. Im Sommer kühlen... Naja. Durch Wärmeabgabe. Nö, eigentlich ja nicht. Die nehmen doch Wärme auf. Ja, egal. Also irgendwie so war mein Gedankengang. Oh, das geht aber da ziemlich weit raus. So kann ich da auch noch was hinsetzen. Aber da nicht mehr. So. Da auch nicht mehr. Ne, okay. Das... Aber hier noch. Ja. Dann bin ich damit zufrieden. Damit habe ich das Dach auch fertig. Und ich muss da nicht mehr hin. Kann die Erde weg. Und dann kann ich auch die Folge beenden. Ist sowieso soweit. Dann werden wir also beim nächsten Mal... Ähm... Ja, ich kann das ruhig mal ausleeren hier. Wenn da noch Platz ist. Aber das macht nichts. Ich habe hier noch eine Kiste. Schmeiß ich einfach mal alles da rein. So. Ähm... Beim nächsten Mal werden wir also hier oben... Ach, und hier kann man auch noch ein bisschen was hinsetzen oder so. Ja, noch ein paar Blumen auszuholen und sowas. Ja, genau. Hier zum Beispiel könnte ich so einen... ...verzierten Block hinsetzen. Und da oben vielleicht auch noch. Das würde sich auch anbieten. Ja, genau. Ich habe hier noch welche da. Wo sind sie denn? Hier. Drei Stück habe ich noch. Okay. So. Einer dahin. Und... Naja. Wo wollte ich denn noch einen hinhaben? Dahin. Ja, doch. Da setze ich noch einen hin. Und dort auch? Ach, nö. Ja, komm, das reicht so. Oder vielleicht hier unter der Treppe noch. Genau da passt noch einer hin. Da ist ja schon einer da. Oh, jetzt donnert es auch noch. Ach gut, ja. Also, ich habe die Jalousien... Oder... Nee, Rollo sind das. Habe ich ein wenig runtergelassen. Die mache ich gleich wieder hoch jetzt nach der Aufnahme. Ja, ihr wisst ja. Ich sitze da unten im Erdgeschoss da zur Parkplatzseite. Da will ich nicht, dass mir jemand reinschaut, wenn ich da aufnehme. Das finde ich unangenehm. Also, das tut eigentlich niemand, aber ich fühle mich dadurch einfach angenehmer. So, ja. Wie dem auch sei. Und damit wir uns hier drin auch noch angenehmer fühlen, werde ich dann beim nächsten Mal hier weiter ausbauen, beziehungsweise einräumen. Da hinten werden wir dann so einen Schlafgemach machen. Du könntest mir auch hier so ein Doppelbett hinstellen oder sowas. Oder zwei Einzelne. Naja, gut. Machen wir dann beim nächsten Mal. Jetzt ist auch Schluss für heute. Ansonsten bin ich hiermit zufrieden. Ein bisschen Fackeln müssen wir auch noch hinsetzen. Ja, gut. Kann ich nahe machen. Beim nächsten Mal mache ich nicht nachher. Nachher kann ich ja mal zum Irrgarten gehen und da schon ein bisschen was machen. Ja. Und damit im Keller machen wir dann auch irgendwann demnächst mal... Ach so, aber eins machen wir noch. Wir schauen da mal hin, wie das schon zugewachsen ist. Da müsste ja schon einiges jetzt sein. Und habe ich Knochenmehl mit? Ne. Ja, guck mal, da ist alles zu. Ja. Da ist doch gut. Dann, äh... Ach komm. Ja. Ja, komm. Ich kann jetzt noch ein bisschen Knochenmehl nehmen. Da hinschmeißen. Dann bin ich damit auch komplett fertig. Also außen dann. Musst du das Knochenmehl finden? Da. Da. So, und dann ist aber wirklich Schluss. Naja, so angefangene Arbeiten da noch so offen lassen. Ja, das ist einfach nicht schön. Ich mag das überhaupt nicht. So. Da haben wir mal wild mit Knochenmehl um uns schmeißen hier. So, da sind auch ein paar Blumen jetzt noch da. Oh, das war schon mit Knochenmehl. Ja, gut. Dann war ich jetzt ein bisschen zu wild. Aber da könnte ich ja noch ein paar große Blumen hinsetzen. Naja, okay. Dann bin ich da doch noch nicht fertig. Jetzt verziehe ich mich mal wieder ins Haus. Ich kann mich da gleich oben mal hinstellen. Damit ich weiß beim nächsten Mal, was ich denn eigentlich machen wollte. Ich muss ja dann noch Material anpacken. So, dann stachel ich hier an die leere Wand. Oder hier so ungefähr. Moment, hier da in die Ecke. Dann sehe ich auch noch mehr. Ja, genau. Hier großer leeren Raum muss beim nächsten Mal eingerichtet werden. Das war's also für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.